Moin Moin und herzlich Willkommen zur Weihnachtsbildbesprechung der FH-Fotoschule in 2019. Ich hatte euch da draußen aufgefordert, Bilder zum Thema Weihnachten zu dieser Sendung einzusenden. Dem sind nicht ganz so viele gefolgt, wie wenn ich bitte für eine Streetfotosendung was einzusenden. Das mag vielleicht am Thema liegen, vielleicht auch an meinem Geschmack. An was auch immer ist auch vollkommen egal. Nein, diejenigen, deren Bilder ich heute bespreche, die werden sich garantiert freuen und auch alle anderen werden, die immer sicherlich daraus was lernen können. Jetzt das Intro und dann geht es hier direkt mit der Bildbesprechung los. Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die die bei der Bildbesprechung in 2019 mitgemacht haben. Das habe ich nicht nachgezählt, wie viele das waren, aber ich kann so viel sagen, es waren verdammt viele. Und das finde ich wirklich richtig, richtig cool, wie viele von euch nach wie vor bei der Bildbesprechung, beim Bildbesprechungsamstag dabei sind. Und Spaß daran haben ganz offensichtlich und ich habe den auch. Dafür möchte ich euch ganz, ganz herzlich danken und ich möchte euch frohe Weihnachten wünschen. Dazu gibt es am Ende des Videos noch mal einen kleinen Tacken mehr. Worauf ich euch heute aufmerksam machen möchte, ist, ich habe jetzt das T-Shirt angezogen, ist Rom. So, Fotoreise nach Rom im Frühjahr 2020 mit mir persönlich, da sind noch einige Restplätze frei. Wenn du Bock hast mit kleiner Gruppe, wir reisen maximal so, ich sage mal mit sieben, in Ausnahmefällen mit acht, eigentlich einfach nur, wenn der achte der Buch dein Pärchen ist, für fünf Tage gemeinsam nach Rom erkunden, die heilige Stadt machen, natürlich das, was so an Sehenswürdigkeiten da ist, aber auch so ein bisschen was abseits der Sehenswürdigkeiten, ist eine bunte Mischung aus Street-Fotografie, Reisefotografie und natürlich blauer Stunde, sowohl morgens als auch abends, wenn du da Bock drauf hast. Folge dem Link in der Infokarte oder in der Videobeschreibung, da würde ich mich megamäßig freuen, wenn noch jemand von euch da draußen hier über den YouTube-Kanal in Rom im Frühjahr dabei wäre. Jetzt rüber auf meinen Rechner. Ach nee, wir gucken häufig auf meinem iPad, wie du ja schon siehst. Und dann gucken wir jetzt gleich mal drauf gemeinsam, ich spreche dir die entsprechenden Hinweise zu den Bildern ein und zum Ende des Videos sehen wir uns dann nochmal ganz kurz hier wieder. Das gab es Ewigkeiten nicht. Jetzt erstmal, dieses Bild ist von Jan-Christian Hansen, aber um ein Gefühl dafür zu bekommen, was hier so im Moment im Office los ist, deswegen gab es keinen Vlog for Christmas, obwohl ich ziemlich viel gedreht habe, ich habe einfach keine Zeit gehabt, das zu schneiden. Und um ein Gefühl dafür zu kriegen, was hier sonst so los ist, es ist Freitagabend, es ist, lass mich kurz gucken, 21 Uhr, ich sitze im Office und nehme die Bildbesprechung auf, die morgen, also jetzt, wenn du sie siehst, erscheint, wie gesagt, das gab es lange nicht. Also Jan-Christian Hansen hat dieses Bild hier eingesandt. Das zeigt ja irgendwie, glaube ich, so geklebte und von innen beleuchtete Weihnachtssterne, irgendwo wahrscheinlich auf dem Weihnachtsmarkt oder so etwas. Mir gefällt das insgesamt ganz gut. Das ist gemacht mit einem 50mm Blender 1.8 von Canon. Das finde ich hat ein ganz gutes Bouquet dafür, weil eigentlich ist das nicht dafür bekannt, so ein richtig geiles Bouquet zu haben. Das Objektiv hat bei mir nie gut performt. Was mir allerdings auffällt, ist, dass es eigentlich keine richtige Bildschärfe irgendwo gibt. Also es ist verwackelt. Es ist fotografiert mit einer Dreißigstel. Und eine Dreißigstel ist eben unter Umständen bei 50mm zu lang, um ein scharfes Bild zu erzeugen. Und ich kann einfach keine Schärfe entdecken, und zwar nirgends im Foto. Ich sehe natürlich die Bereiche, die sind schärfer als die anderen. Aber richtig gestochen scharf ist es eigentlich nirgends. Und es gibt überall so kleine Geisterbilder drumherum. Also man könnte sagen, Mikro-Unschärfen und die resultieren hier ganz eindeutig aus der Verschlusszeit. Ich mag den zweiten goldenen Stern im Hintergrund, besonders mit diesem hellen Lichtfleck in der Mitte. Das ist gut gelungen. Und ich finde es auch schön, dass wir hier im Vordergrund, oder das ist auch der Hintergrund, kann ich gar nicht ganz genau sagen, also links oben in der Ecke noch was haben, was so ein bisschen unscharf ist. Und diese Zweiteilung des Bildes, da kann ich auch ganz gut mitgehen. Aber Schärfe wird schön. Und ihr wisst es, Bildschärfe ist mir eigentlich nicht das Wichtigste, was es so generell gibt. Aber in diesem Fall, wenn man so eine Produktaufnahme macht, sage ich jetzt mal, so eine Sachaufnahme, so ein Objekt, was still steht, fotografiert, dann würde ich mir wünschen, dass das dann da auch gestochen scharf ist. Bernd Sova hat auf dem Weihnachtsmarkt in Hannover fotografiert und uns daran teilhaben lassen mit dieser Schwarz-Weiß-Aufnahme. Was mir als erstes ganz gut gefällt, Bernd, ist tatsächlich die Bildaufteilung mit diesem Pfahl, Säule oder was auch immer das ist, hier rechts am Bildrand. Und ich mag natürlich die Belichtungszeit, die hier mit einer Zehntel gewählt ist. Und das hat dann ganz eindeutig dazu geführt, dass das Bild einfach viel Dynamik hat. Durch diese vorbeieilenden Menschen, besonders übrigens durch den Verwischer links am Bildrand. Und diese stillsitzende Dame, die hier unten rechts in der Ecke sitzt und bettelt, darüber hat es halt eine einfach gute Dynamik und steht in gutem Kontrast zueinander. Wenn man so auf das Bild drauf guckt, alle eilen an ihr vorbei. Im Hintergrund steht diese Gruppe jüngerer Menschen, die sich damit in der Fußgängerzone auf dem Weihnachtsmarkt unterhalten. Überall ist festlich geschmückt und so weiter und sie ist es hier vorne und bittet um Hilfe. Ich weiß, ich möchte keine Diskussion darüber führen, ob sie wirklich bedürftig ist oder nicht. Hier in dem Format nicht und auch am liebsten als Kommentar unter dem Video nicht. Wir nehmen jetzt einfach an, dass was wir sehen, das ist so und das ist jemand, der Hilfe braucht. Und so interpretiert das Bild dann alles andere wie reine Spekulationen. Das tue ich auch hier manchmal, aber in diesem Fall möchte ich das nicht tun. Was sehr stark auffällt, ist natürlich das Rauschen. Also dieses, andere würden es das vielleicht Korn nennen, aber für Korn ist es einfach zu gleichmäßig. Wenn ihr jetzt irgendwie einen analogen Filmlook darüber gelegt, dann sieht es wirklich nach Korn aus. So wirkt es einfach wie digitales Rauschen. Das ist der tatsachige Schuld, dass es mit ISO 1600 fotografiert ist und zwar mit einer Lumix TZ101, einer Bridge-Kamera. Und deren Sensor ist relativ klein und der mag natürlich diesen hohen ISO-Wert nicht. Trotzdem eine gute Idee, das in schwarz-weiß zu wandeln, denn so sind wir erstens konzentrierte auf die Geschichte. Denn sonst wird wahrscheinlich hier vorne die Frau ziemlich untergehen im Bild, weil hinten blinkt natürlich alles und ist auch relativ, wie soll ich sagen, auch relativ bunt. Und ja, insofern finde ich das ein ganz gutes Street-Foto zu Weihnachten. Hans-Jürgen Mandl hat am Dom zu Speyer fotografiert und uns dieses Bild hier zugesandt. Auch irgendwie so ein bisschen Weihnachtsmarkt-Atmosphäre auf dem Foto. Das finde ich ganz schön. Ja, es ist eine gute blaue Stunde-Aufnahme und auch eine Aufnahme, die eine gute Tiefe hat. Auch hier ist tatsächlich mit einer relativ langen Belichtungszeit gearbeitet worden. In diesem Fall mit 8 Sekunden, wenn ich das richtig sehe. Dafür finde ich es erstaunlich, wie wenig die Menschen verwischt sind, aber wahrscheinlich sind die nicht richtig schnell am Laufen. Ich nehme mal an, mehr oder weniger ohne Filter, wenn ich das hier richtig deute, mit einem 10 bis 20 an einer Canon-Kamera. Nee, an einer Nikon-Kamera, an einer Nikon D5300, für die, die das interessiert. Und ich finde tatsächlich, lieber Hans-Jürgen, die Dominanz links der Hütte mit dem Stern ein bisschen zu heftig. Also ich kann die Intention verstehen und ich verstehe auch, warum du den Stern versuchst, das oben in diese Ecke zu friemeln. Aber das wirkt natürlich sehr, sehr dominant und stießt das Bild auf der linken Seite, auf der, wo wir eigentlich reinkommen wollen, ins Bild. Sehr stark ab, blockt den Blick und sorgt dafür, dass wir so eine dunkle Fläche, die einfach massiv ist, im Bild haben. Dann kommen wir nach rechts rüber, sehen den Dom, sehen auch insgesamt so die Weihnachtsbeleuchtung und die Bäume da stehen und auch die Menschen, die dort durch die Fußgängerzone laufen. Aber dieses, ja, es ist halt einfach, links die Fläche ist zu dunkel und vor allem, meiner Meinung nach, zusätzlich auch noch zu groß. Von Heinrich Lischka haben wir diese Einsendung und ja, diese Einsendung ist wirklich, wirklich granios. Ich weiß nicht, wo das fotografiert ist. Wir sehen auf alle Fälle so ein Kinderkarussell, im Hintergrund ein Motelwon, also wahrscheinlich auch irgendwo in Deutschland fotografiert. Das Schöne als erstes daran, Heinrich, ist, dass du das unfassbar symmetrisch fotografiert hast. Du hast es richtig geil ausgerichtet. Guck mal, die Spitze des Zelt, des Daches von dem Karussell steht genau auf der 6 Uhr der Lampe, mit der Lampe, der Uhr dahinter. Und die Lampe oben hängt auch direkt davor, also das Karussell ist ja nicht aus Spaß dahin gestellt worden. Auch die Notausgangsschilder und diese beiden Schaukästen mit dem Motelwon und auf der anderen Seite steht irgendwas anderes. Das ist hier ein Spa. Gucken genau gleich aus dem Karussell raus. Das ist super. Belichtungszeit ist mega. Tolle Belichtungszeit für das Karussell. Das Karussell ist belichtet mit einer Sechstel. Das hat genug Dynamik, um zu sehen, dass es fährt. Das ist wichtig bei so einem Karussellfoto. Es ist aber mit einer Sechstel genau auch noch gut, denn wir sehen auch noch sehr viele Personen scharf abgebildet, rund um das Karussell stehen. Also Eltern, die auf ihre Kinder warten, die da gerade noch fahren und so weiter. Und das sehen wir alles, weil die auf diesem Weihnachtsmarkt natürlich stehen und nicht unbedingt so durchhetzen, besonders nicht vor so einem Karussell. Und das Beste, muss ich ja ganz klar sagen, das ist aber auch jedem klar, der das Bild gesehen hat hier als erstes, sind die beiden Kinder, die hier im Vordergrund stehen. Ich finde es sogar gut, dass die nicht in der Lücke stehen und genau in der Mitte stehen, sondern ich finde es gut, dass sie so ein bisschen seitig versetzt sind. Ich finde es natürlich nicht so schön, dass da jetzt ausgerechnet so dieser Zaun und diese Pfosten aus ihren Köpfen rauswachsen und so optisch. Aber die stehen einfach an einer guten Stelle, weil es so richtig sehnsuchtsvoll, ich möchte mitfahren, mäßig aussieht. Wenn sie direkt davor stehen würden, dann würde man so wahrscheinlich denken, okay, die Tickets sind gekauft, die Jetons sind gekauft. Bei der nächsten Fahrt fahren die beiden mit. Dadurch, dass sie so ein bisschen außerhalb stehen, stehen sie so ein bisschen abgegrenzt und wirken eben so, als würden sie sich ganz doll wünschen mitzufahren. Aber heute ist es halt einfach nicht. Und das finde ich mega, tolle Farben, tolles Licht, gute Belichtung wahrscheinlich. Das ist eine Belichtungsreihe, kann ich nicht sagen, ist mit einer Olympus und einem 12 bis 40 gemacht. Belichtungsreihe kann ich hier nicht sehen, kannst du dir vielleicht nochmal in die Kommentare schreiben, ist mit einer EM10 Mark II fotografiert. Egal wie, Licht gut im Griff gehabt, tolles Foto. Also, Juliane Stadtmüller hat einen Wunschzettel, nehme ich an, fotografiert. Und das mit einem sehr schönen Hintergrund mit typisch weihnachtlichen kleinen Lichtquellen. Auch das gefällt mir sehr, sehr gut. Eine Dreizehntel als Belichtungszeit und mit 40 mm, 2,8, lass mich kurz gucken, an einer Nikon, die 5100. Und ich mag den Schärfeverlauf, der ist vielleicht ein bisschen zu mittig, vielleicht hätte man ein bisschen anderen Fokuspunkten nehmen können. Aber Christkind und Teddybär ist natürlich großartig, dass das beides im Fokus sitzt. Vielleicht hätte man das ein bisschen überschwenken noch regeln können, dass ausgerechnet jetzt der scharfe Bereich von Christkind nicht genau in der Bildmitte ist, also fast genau in der Bildmitte. Aber das ist schon ein Jammern auf relativ hohem Niveau. Tolles Licht da drauf, tolle Farbtemperatur. Wie gesagt, ein sehr, sehr schöner Schärfeverlauf. Ja, viel mehr kann ich eigentlich gar nicht sagen. Wirklich eine tolle Story hinter dem Foto, richtig gut gemacht. I like. Wirklich, wirklich toll. Kurt Schmidt hat dieses kleine Mädchen fotografiert und der Bildtitel ist nur noch ein Licht bis Weihnachten. Sehen wir ja auch ganz eindeutig an dem Adventskranz und die Geschichte wird da sehr schnell deutlich. Was mir am meisten missfällt, Kurt, ist, wenn du das so fotografierst und das ist jetzt alles schwarz, wahrscheinlich liegt sie auf einem schwarzen Molton oder auf einem schwarzen Samt oder auf einem schwarzen Sofa oder auf einer schwarzen Unterlage. Das ist alles gut, aber dann würde ich mir wünschen, dass die Mütze unten nicht angeschnitten ist. Also erstens brauchst du die Mütze meiner Meinung nach nicht. Die ist ziemlich überflüssig. Man könnte meinen, die macht einen ganz guten Kontrast in der Farbe zu dem Grün und stellt eine Verbindung hin zu dem Rot von dem kleinen Weihnachtsmann, Weihnachtsfrau Outfit. Aber meiner Meinung nach total unnötig. Wenn das Weihnachtsmann-Outfit zu groß ist, würde ich auch nicht die Ärmel von innen nach außen umkrempeln, sondern einfach ein bisschen höher schieben an den Armen. Denn dass wir da diese Naht sehen, gefällt mir auch nicht so richtig gut. Ansonsten ist halt so das klassische Weihnachtsfoto. Und ich wette, Oma auf dem Kamin sims freut sich wie sonst, was sie jetzt zu Weihnachten geschenkt bekommt. Das ist ja auch irgendwie logisch und auch ganz normal. Belichtungstechnische, beleuchtungstechnische oder sowas ist kein Hexenwerk. Ich meine, man sieht sehr deutlich im Auge, dass das mit einer Lichtquelle gemacht ist. Und ich gucke da mal ein bisschen dichter ran. Ja, wahrscheinlich mit einem Schirm, einer sehr kleinen Octabox oder aber vielleicht auch mit einem Beauty-Dish. Ist auch wurscht, was die Lichtquelle gewesen ist und wie die Form davon war und der Lichtform war davor. Fakt ist, es ist ein einfaches One-Light-Setup und das hätte man vielleicht tatsächlich irgendwie noch so ein bisschen schöner arrangieren können. Einfach damit es noch ein bisschen gefälliger aussieht. Das sind aber Feinheiten, die wahrscheinlich nur mir auffallen und anderen Fotografen und derjenigen, die das Foto geschenkt bekommt und hat machen lassen. Die denkt da bestimmt ganz anders drüber und bestimmt sind Eltern und wie gesagt auch Großeltern froh, so ein Foto zu haben. Das ist gar keine Frage. Manfred Schwarz hat ein paar, wie heißen denn die Dinger hier, Zinnstangen und Kaffeebohnen und Sterne fotografiert. Wie heißen denn diese Sterne nochmal, verdammte Max? Sind das nie Sterne? Ich weiß gerade nicht, kommentiert mich unten in die Kommentare. Auf alle Fälle, Manfred, auch das ist sehr schön gemacht. Der Fokus ist auch ein bisschen mir zu mittig. Auch da hätte ich versucht, das irgendwie noch ein bisschen anders zu arrangieren einfach und vielleicht noch ein bisschen weit nach unten zu schwenken, dass dieser Stern noch ein bisschen weiter nach oben kommt. Du hast dir aber sehr viel Mühe mit der Anordnung gegeben. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich mag auch den liegenden Stern unten links, der in einem guten Verhältnis einfach eine gute Verbindung herstellt zu dem aufrecht stehenden Stern, der in einer schärfen Ebene ist. Das ist wirklich auch alles so weit schön gemacht. Gute Beleuchtung. Im Hintergrund ist so ein etwas unruhiges Muster, wo ich nicht weiß, wo das herkommt. Es scheint im Hintergrund irgendwie sowas Strukturiertes zu stehen oder zu sein. Das finde ich nicht ganz so gelungen. Licht ist aber toll und es ist ein wirklich auch schönes Weihnachtsfoto. Kann man bestimmt sehr gut auf eine Weihnachtskarte kleben und verschicken. Stefan Hummel hat auch ein Adventskranzfoto geschickt. Und wir haben ja eben schon mal das gesehen von dem Kurt Schmidt, der das mit dem kleinen Mädchen arrangiert hat. Das hier, Stefan, ist natürlich viel weniger stimmungsvoll, einfach weil die Umgebung viel zu hell ist, weil die Kerzen nicht an sind, weil kein warmes Licht von den Kerzen ausgeht, weil die Farbtemperatur sehr kühl ist. Und ehrlicherweise ist der Schärfeverlauf hier natürlich ein bisschen außergewöhnlicher, weil die Schärfe vorne liegt und nicht hinten auf einer der Kerzen. Aber nur ausgerechnet hier würde ich mir wünschen, die Schärfe würde auf der ersten Kerze oben rechts liegen. Wahrscheinlich hätte ich vielleicht sogar ein bisschen noch abgeblendet. Lass mich kurz gucken. Du hast es fotografiert mit Blende 6.3, das ist also noch Luft nach oben gewesen, im Basin des Wortes. Aber vor allem braucht das Ding ein ganz anderes Licht. Das steht an einem unfassbar kalten und, ich hätte fast gesagt, hässlichem Licht. Und gerade die Adventszeit ist ja so eine Zeit, wo es so ein bisschen warm ist. Ich meine, guck mal nochmal ein Foto zurück auf das von dem Manfred Schwarz. Das ist ja auch im Prinzip eine Produktaufnahme. Aber der hat natürlich mit einer sehr warmen Lichtquelle oder mit der Farbtemperatur dafür gesorgt, dass es wohl nicht warm aussieht. Und das ist bei Daim leider so, dass es doch recht kühl aussieht. Und wenn man da ganz ehrlich ist, ist es ein gekauftes Adventsgesteck. Da ist jetzt auch ansonsten nicht viel dabei. Ich würde das mal als Schnappschuss titulieren wollen. Steffen Käppner hat eine Schneeflocke fotografiert. Und ich weiß gar nicht, wie, worauf und warum. Steffen, da bist du gefordert, das hier unten in den Kommentaren mal einmal schnell zu beschreiben und zu erklären, was da los gewesen ist. Ja, was soll ich sagen? Diese Streifen erklären sich mir nicht so richtig. Ich glaube, da ist ein Glas dazwischen wahrscheinlich. Also höchstwahrscheinlich ist die Schneeflocke auf der anderen Seite des Glases. Oder wo kommt die Reflektion im Hintergrund her? Also ist das in eine Glasscheibe rein fotografiert? Und wir sehen die Rückseitenreflektion an der zweiten Austrittkante des Glases im Hintergrund nochmal. Keine Ahnung. Es ist sehr, sehr mittig. Das könnte grafisch viel schöner angeordnet sein. Und wahrscheinlich hast du diese Streifen absichtlich drauf gelassen. Aber das hätte ich jetzt noch so ein bisschen gecleant. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Steffen, auch hier fehlt mir so ein bisschen die Schärfe. Ich weiß nicht warum, aber das ist auch nicht zu klein. Also von der Größe her, also von der Auflösung, dass es hier unscharf aussehen würde. Das ist einfach nicht so richtig scharf. Das ist mit einem Lupenobjektiv gemacht von Canon mit so einem MPE 65, wenn ich mich nicht täusche. Ja, genau so ist es. Und eine 7D Mark II. Und wie gesagt, das hat auch so insgesamt genügend Pixel. Also du hast es mir hier in dreieinhalb mal fünfeinhalb Tausend Pixel geschickt. Das ist schon eine ausreichende Auflösung. Aber es sieht so ein bisschen unscharf aus. Also ich finde, die Schärfenebene stimmt nicht so ganz. Da bleibt auch wieder die Frage, abblenden hätte bei dir nicht mehr viel gebracht, weil das ist schon Blende 16. Ich glaube aber auch nicht, dass wir schon die Beugung sehen. Sondern ich glaube, es ist einfach aus irgendeinem Grund, den ich mir nicht erklären kann, nicht richtig scharf. Vielleicht kannst du selber nochmal ein bisschen prüfen und auf deine Originaldatei mal einmal raufgucken. Und vielleicht kannst du auch erklären, wo die Streifen herkommen. Ansonsten ist es natürlich total faszinierend, dass diese Schneeflocken tatsächlich so kristalline Strukturen haben und so aussehen, wie sie aussehen. Einfach großartig. Ja, und das so zu sehen auf einem Foto ist auch ganz, ganz toll. Und auf so einer eher abstrakten, vielleicht schwarz-weiß Weihnachtspaskarte würden sich die meisten auch sicherlich über so ein Bild mega freuen. Jetzt nochmal hier und offiziell frohe Weihnachten, frohes Fest. Ich hoffe, du kannst ein bisschen abschalten, ein bisschen die Zeit genießen und ein bisschen im Kreise deiner Lieben feiern. Manche von euch wissen, das war bei mir privat persönlich nicht so das allereinfachste Jahr. Das wird bestimmt nochmal ein schwieriges Weihnachten werden, wenn ich ehrlich sagen soll. Nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich auch auf ein paar ruhige und besinnliche Tage. Euch alles Gute. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Habt eine gute Zeit und wir sehen uns dann nächsten Samstag hier direkt vor Silvester nochmal einmal ganz kurz wieder. Dann gibt es noch ein paar Silvester-Neue-Grüße von mir zum Thema kommt gut das neue Jahr. Jetzt erstmal frohes Fest. Lass dich schön beschenken und feiern ein bisschen. Mach's gut und bis dann. Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder.